Ich kann mir natürlich auch nichts übersehen hier. Oh, da ist noch ein Stock. Sie ist definitiv hier vorbeigekommen und sie hat es eilig. Beachte jedoch, dass Sprinten mehr Kalorien als gehen verbraucht. Deine Sprintausdauer hängt davon ab, wie sehr dich deine Kleidung einschränkt. Es dauert eine Weile, bis deine Sprintdauer wiederhergestellt ist. Also nutze sie weise. Okay. Okay. Auf jeden Fall erstmal alles einsacken. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich denke nicht, dass ich da irgendwo hochkomme. Nee. Schön fleißig alles einsammeln. Was ist das? Stein. Das ist noch ein Stein. Oh, Kaninchen. Noch ein paar Steine. Okay. Oh Gott. Okay, dann bin ich mal gespannt. Und... Äh... Stein. Werfen, zielen... So mein... Ist hier irgendwie so eine Art Fadenkreuz? Nee. Okay... Das wird ja interessanter. Okay. Das hier... Die Hand ist quasi mein Ziel. Jawoll. Jawoll. Treffer! Ey, ey! Shit. Jetzt muss ich erstmal neue Steine sammeln. Zack. So. 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 Muss man aber echt schnell sein. Muss man aber echt schnell sein. Okay. Okay. Muss gleich nochmal ein paar Übungen machen. Okay. Okay. Okay, so einen Millimeter über den Daumen ungefähr. Wenn das nicht dr vestigesommt. Gut. Na dann. Gut der... Was ist denn, wenn ich mich anschleiche? Was ist denn, wenn ich mich anschließt? Was ist denn, wenn ich mich anschließt? Das haben wir schon krass gemacht. Das arme Vieh. So, wo haben wir denn die nächsten Kanickel? Da oben. Ich glaube, das Anschleichen war gar nicht mal so verkehrt. Einmal nochmal wieder ausrüsten. Steine. So. Oh Gott, das wird jetzt wieder so brutal. Oh mein Gott. Es tut mir so leid, Kaninchen. Es tut mir so leid. Ich muss ja irgendwie überleben. Okay, Anschleichen ist tatsächlich besser. So, da ist noch wieder eins. Oh, okay. Was war daneben? Ich sollte schon so viele Kaninchen, denke ich, mal mitnehmen, wie ich kriegen kann hier. Oh Gott. Das tut mir immer noch weh, wenn ich das sehe, ey. Und voll das Geräusch dazu. Oh, nee. Das arme Vieh. Es tut mir leid. Ach, fast. Ui, ui, ui. Da läuft es. Nein, noch ein paar Steine hier. Oh. Schmeiß ich den Stein weg. Oh. Okay. Im Statusbildschirm kannst du deinen Zustand auf der Leiden verfolgen. Zudem erfährst du dort, wie du mögliche Verletzungen behandeln solltest. Ja, okay, wie... Ja, wie... wie... wie ruhig mich denn aus? Warten. Du bist einst mit der langen Dunkelheit geworden. Wie, ich bin gestorben? Oder wat? Oh, Tatsache. Verdammt. Letzten Spielstand laden. Okay. Steine, mehr gezielt... ah ja, hier war ich. Okay. Ja, gut, dann... Ähm... Okay, hier war ich, ja. Gut. Ist ja ein bisschen schneller hier. So, vielleicht nicht ganz so viel mit einpacken diesmal. Nicht unbedingt jeden Stock. Aber hier, Stoff. Das, das und das. So. Ich denke mal, Stöcke und sowas finde ich überall genug. Das ist jetzt erstmal zweitrangig. Die muss ich, glaube ich, erstmal, ähm, auftauen. Naja, das kennen wir ja schon. Das war ja die Information mit dem Sprinten. Jetzt gehe ich erstmal keine Gelder jagen. Also, ich würde mich vors... Das clean意ies. Ja, ich negócio nicht. So. So, jetzt lasst einfach mal... Mmm-hmm. Das war's für heute.